Jo, da seid ihr ja schon wieder ausgeschlafen, ja wir schon lange. Der Motor ist schon wieder drin. Der war schon drin, der hat ihr noch gelegen. Naja, wie ich euch versprochen habe, der Auspuff muss ausgebrannt werden. Der wird gerade da ausgebrannt, um die Ölkohle da zu lösen, damit kein Rückstau entsteht und damit die Kiste nicht zu heiß wird. Wir können ja mal in die Nähe gehen. Mal gucken, wie das da so qualmt. Und zischt und dampft. Sehen wir mal zu sein, wir müssen drüber nachdenken. Wir haben es gegeben. Ja, mach mal, dass er Feuer auskommt. Wie das da mal losgebrannt wird da. Boah. Ja, da geht ja raus. Ja. Ja, viele Leute gehen das ja noch von dieser Bobbiz und Kofas, auch die Arten Kofas mit ihrer NDS-Bugdinklis. Ja, das ist auch alles zu wünschen, lieber. Wir sehen uns wieder beim Probelauf in Teil 3. Wäh Евide-Bugdinklis. Das war's für heute. Gegen Corona!